Lieder können auch Gebete sein. So sind unsere Psalmen gesungene Gebete und viele von ihnen sind vertont. So auch, dass der Psalm 145 alle Augen warten auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. In unserem Gesangbuch finden sie unter der Nummer 461 den Satz von Heinrich Schütz. Und wir laden sie ein, auf diesen mit zu singen und dann einen gesegneten Mittag vielleicht einen guten Appetit. Du tust deine Wege am Tag und sättig es dein Herz, was da lebt, mit wohlgefahren. Amen.